Und damit herzlich willkommen meine lieben Freunde zu PlayerUnknown's Battlegrounds, mein Name ist TheBlauKopf. Schauen wir doch mal hier, oh wow, oh, hmm, eine Sichel, oh wie klasse, super, naja, hmm, oh eine Pistole. Wollen wir mich verarschen? Leute, was ist hier los? Wieso finden wir hier nichts? Hier ist auch nichts, was ist denn hier los? Mann, das Loot ist nicht auf unserer Seite, Leute, wir müssen weiterschauen. Ich weiß, ihr werdet wahrscheinlich ganz schön ausrasten in den Kommentaren und sagen, Ja, du musst zu den großen Städten gehen, da findest du auf jeden Fall was. Ja, ich weiß, aber das ist nicht mein Ziel. Jungs, da muss man schnell handeln und trifft auf sehr viele Gegner gegenüber von mir. Ich denke an diesen Haus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Na endlich, nun, und. Herbert? Herbert? Ist das Ei schon weich? Was wir jetzt noch bräuchten, wäre vielleicht noch eine bessere Weste? Einen besseren Helm. Generell bessere Schutzkleidung. Aber die können wir wohl nicht erwarten, weil solch einer scheiß Loot-Situation. Oh. Ich seh nix, verdammte Axt. Es bringt nix. Es würde jetzt nichts bringen zu schießen. Aber wir können jetzt kein gutes Scope haben, muss ich mal so sagen. Das ist schon kacke. Vom, äh, vom Sichtbarkeitsfaktor her ist das hier ideal, beziehungsweise vom Unsichtbarkeitsfaktor her. Hinter uns kommt. Das könnte böse werden. Nur mal so viel zu, ähm, unsichtbarkeitsfaktor. Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Ich muss weiter da lang. Und ihn hier sehe ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall. Puh, und in 7 Sekunden geht's los. Da vergleicht sich nochmal. Das ist echt eine dreckige Taktik, die ich hier anwende, aber was soll's. Wir sind auf jeden Fall schon mal in den Top 10. So, 6 sind auch ein Leben. Das Herz flattert schon wieder. Kennt ihr diesen Moment? Das schafft kaum ein Spiel bei mir, außer halt bei Layers of 4. Link nochmal kurz rechts oben eingeblendet. Gebt's euch. Ich schafft kaum ein Spiel, dass ich mich so hineinsteiger. Vor mir. Vor mir habe ich doch gerade einen gesehen. Ich bin am Rand. Er muss herkommen. Er muss herkommen. Ist er sich hingelegt? Ich glaube ja. Fünf noch am Leben. Vier noch am Leben. Ich mit drei anderen. Drei noch am Leben. Links von mir. Zwei noch. Ich und noch einer. Ei, 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 Leute. Okay, Leute, ihr könnt mal kurz rechts oben abstimmen. Wird er es schaffen oder nicht? Abstimm jetzt. Los. Ich bin im Nachteil. Er ist besser gedeckt. Ich habe die Idee, eine Rauchgranate nach dort hinten zu werfen. Weiß aber nicht, ob er mich hört. Ja, okay. Er muss zu mir kommen. Er muss zu mir. Ja, take him out. Ich bin doch, ich bin doch drin. Nein. Fuck. Jungs, warum? Ich wette, die meisten von euch haben Nein geklickt. Wird er es schaffen? Nein. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Klickt doch auch den Like-Button und Abo-Button, wenn ihr das noch nicht getan habt. Dann jetzt schnell nachholen. Folgt mir auch auf Instagram, Facebook und Co. Da verpasst ihr auch nicht mehr die neuesten Videos. Bis dahin, Leute. Macht's gut und na klar. Cheerio.